das noto 1986 jetzt hier kommt es ist ein spiel origins to part 171 ins geht es darauf aufgenommen es ist nicht die 40 freien darauf das heißt wir machen jetzt die hier er doch noch ein bisschen so was es ist es zu lernen zweiter reichungsproben ich weiß wohl ich muss ganz einfach mal schauen ob da gleich ok hier haben wir hier wohl verkackte Ding ist wenn wir nicht so weit reißen müssen ja ich glaub hier können wir hin passt auch noch sogar da wird man nämlich die scheißprüfung jetzt noch abschließen da kommt schon leute ah ok ging ab schnell so schnell hier nach oben markiere ich mir schnell das Ding jetzt mal hier schnell her warte kann ich helfen Reisender ja kaufen kann man hier was ah ja hier 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 wir müssen hier 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 so kauf ich die noch ein jetzt noch die ein, dann reicht es noch dann möchte ich die jetzt noch einmal ändern meine Mundschon, dann reicht es auch so, Ausrüstung so muss ich nur hinzugekommen hier unten ist sie nehm ich die jetzt dazu und drück jetzt die schnell Klappe so, ich guck gerade nochmal schnell so, ich guck mal, was mache ich denn? Okay, das wollte ich wissen gerade. Ob ich da jetzt gerade die richtige Ausbrüste oder nicht. Hab ich sogar noch. Entschuldigung. So. Dann wollen wir hier rüber segeln. Schnell. Und schon, dass ich mich gerade jetzt eben... So, wir kommen jetzt aber... Damit könnte man das gerade hinkriegen. So. Und von sieht man es auch schon. Boah. Voll gut. Und von sieht man es auch schon gut. Jetzt sind wir auch gleich schon wieder drüben. So. Diesmal nehmen wir halt nämlich die nächsten bisschen auf. Okay. Let's go. So, Freundchen. Jetzt komme ich zu dir. Und diesmal besiege ich dich, du Penner. Diesmal kann ich... Diesmal kann ich die 40 Uhr schreiten. Richtig besiegt, Freund. Gott. Diesmal richtig, Gott. Ich weiß nicht, wie ernst er ist, das meint. Ich weiß nicht, wie ernst er ist. Ich weiß nicht, was weiß. klar klar super echt gibt es irgendwas wo ich meine scheiß Pfeile wieder auffüllen kann hier verdammt noch eins endlich dahinten gibt es ja Pfeile aufladen so jetzt mal nicht noch mal nicht Freundchen jawohl jetzt war ich jetzt noch ein bisschen auf mein Freund sonst gehen die Haare schmied Junge da gisselsticker boah er war das gerade nicht mehr lauf Digger oh Gott alles ist knapp das war das Leben oder so na warte so ok ok scheiße sah mich wieder höchstertrotteln das war nicht mit mir ja warte dann ist mein Konderminat alter zumal stelle ich mich hier nicht so trottel ich an das kann ich vergessen nix wird hier ha 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 so neben ist er voll ist nicht cool Oh ja, ich kann es nicht tun! Oh ja, ich kann es nicht tun! Jawohl! Vergiss das Freundchen! Nix da! Was hat er denn jetzt wieder vor? Ja, also! So! Ja doch, jetzt kommt jetzt was! Na, also! Na, also! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! 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 No! Ja! Das ist ein Geist, ich besiege heute noch. Keine Angst, mein Freund. Heute nicht, glaub mir das. Heute nicht. Heute kriegst du mich schon nicht, glaub mir das. Ha! Perfekt. So. Oh Gott. Bist du dir so sicher? Bist du dir so sicher? Keine Munzion mehr, okay. Ja komm. Nein, lass nicht, Mann. Nicht in so einem Kampf gerade. Okay, Mann, den Leben kann sich immer wieder auf, das ist nicht gut. Ah, den gibt es ja. Oh ja, schon wirklich. Hör, ich umlaufe da ja genau einfach, was hast du denn gedacht? Ich werde die erste Prüfe, äh okay, ich werde die zweite Prüfe hier bestimmen, weil ich die Anlobis nicht habe, weil ich nicht stark genug war. Um das zu schaffen, kannst du deinem Ausweichung bei, perfekt. So. Na warte, Freundchen. Oh, ob es da nix da. Vergiss es. Ne, ne, nix da, Freundchen. Nix da, glaub mir. Nix da. Diesmal besiege ich dich, Freundchen, du weißt nicht viel, du weißt. Lass mich jetzt noch kurz mal mir... Eeeeh, gerade noch so raus aus dem roten Ding. Oh, scheiße. Hm, du hast doch einfach reingelatscht. Chatsch, Hilfe. Wirklich. Pfeiftung, jetzt noch noch reingelatscht. Lauf. Ich guck nicht. Ich weiss mal, gerade noch mal. Schnell ausweichen hier. Okay. Hier, ne, ne, ne. Shit. Ah, come on. Uh, klar. Nicht durch die Barriere treten. Alter. Ja, ja, vergiss das. Da lerne ich einmal im Kreis. He, he, he. Ja, du bist echt leicht, Kollege. Hm, nee, nee, vergiss das. Hm, nee, nee, vergiss das. Hm, ne, nee, vergiss das. Hm, ne, nee, vergiss das. Ja, scheiße, hier kann ich nur so mehr Hilfe. Wie das denn schon geträckst du? So. Oh, ich bin schon großteil am Ohr, geplättet. Ja, wow. Meine Güte hier. Jawoll. Ich muss mal ein paar Pfeile sammeln. Ah, das ist spannend. Ohne Witz, das bleibt spannend, Freunde. Das ist geil, aber das ist auch spannend gleichzeitig. Ja, also, Lego. Ja, komm mal her, hier Zombie-Panner, komm mal her, hier Penner. So, den ersten habe ich schonmal. Krokodilo Oh, kommt gleich aus Wow, das war auch noch scheiße, hab ich fast vergessen, sie gibt ja auch noch den Scheiß Ich weiß nicht, was der Typ fortgleich Okay Boah, ich spüre nicht so stark, was denn jetzt bei dem Team Was ist das Freundchen? Lauf Lauf , Lauf, lauf, lauf Ok Danke, Freundchen U Ice Auf die Art würde er mir jetzt kommen Also, auf die treckige Art wieder Auf die schmutzige Art würde er mir jetzt kommen Oha Ah, man, die fängt doch wieder auf die sind nicht cool Aber auf die scheiß Art würde er mir jetzt reinkommen Oh, wow alle endlich wieder pfeile perfekte von das war nicht, dass ich mich jetzt nicht kennen, das kannst du vergessen, Freundchen okay, dann bin ich jetzt hier in den Part, wir sehen uns im nächsten Part wieder, euer